willkommen zurück bei minecraft halli hallo so heute ist erntezeit ich werde mich mal um die bäume kümmern aber ich brauche eine neue axt dann werde ich erst einmal aufräumen so karte quatsch karte kiste sag die können weg die pfeile behalte ich die armbrust behalte ich so flint kommt ins lager und ja was habe ich hier jede menge eisen ich habe eigentlich genug eisen um mir eine ofenanlage zu bauen mit mit wagen das wäre eine idee und zwar das bett kommt weg die kiste kommt weg und dann baue ich hier eine strecke nach unten und dann kommt der wagen hier hochgefahren wirft das zeug in den ofen brennt durch und dann fährt der wagen wieder runter dann kann ich nämlich unten bleiben das werde ich mir mal als projekt vormerken hier kann ich schon mal platz platz schaffen so das ding kommt weg aqua affinity das kommt an den gold helm ran ja habe ich gold ich suche einzel gold weil die gold ich will deshalb einen gold helm nehmen weil er quatsch so genau so dann tun wir nämlich die schweine netter nix halte ich muss jedoch wieder runter zack und bücher 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 für lau da danke so warte das bett kommt auch weg jetzt wenn ich meinen schalter nehmen schalter manu habe ich kein schalter hier ich will nämlich die punkte habe ich will mal gucken auf wie viele punkte ich komme so manu na gut dann baue ich mir eben schalter warte dann nehme ich das aqua findet ihr auch mit so zack fertig 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 so Ah, der ist im Weg. Danke. Den bauen wir dann mal hier hin und dann ist hier Platz für den Schalter. So. Wow. Okay. Jetzt frag ich mal... Gold, da. Ich hätte gerne eine Verzauberung. Fire Protection 1. Naja. Nicht schön, aber selten. Gut. Dann würde ich sagen, hätte ich auf den Helm gerne Aqua Affinity und Lending. Danke. Aber hier habe ich nirgendwo Mending drauf. Okay, ich brauche mehr Mending. Mal gucken, wie viel ich mir leisten kann. So, dann werde ich mich heute ja erstmal alles verkaufen hier. Erkort verkaufen. Vergolden. Neun. Neun. So. guten morgen halli hallo mein freund so jetzt brauche ich bücher ich habe die bücher vergessen so wie viel brauche ich denn jetzt mending 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 nummer vier du hast mending und du auch also vier mal ernsthaft komm steh mal auf verkaufst du mending nein wie sieht es mit dir aus nein wie sieht es mit dir aus 1 gut einmal mending einmal mending für mich gut so was ist wichtigste die schuhe die fallen sonst auseinander so mending auf die schuhe und jetzt ab ins bett gut hier brennt fröhlich durch hier hat er noch hier hat er auch noch jetzt ist die frage was kann ich nehmen um geld zu verdienen wolle wolle schere ist noch gut hier guck mal wolle 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 danke so wo ist der typ in der wollmütze so 14 haben wir jetzt was haben wir jetzt gesagt kostete das buch aqua affinity wo ist der letzte hier flame mending 12 danke jetzt müssen wir doch hier einen arbeitslosen haben oder da arbeitslos ok aus dem mache ich jetzt ein unbreaking so da brauche ich papier habe ich ich muss den ja fixieren können das heißt ich muss jetzt irgendwie genug steine bekommen emeralds hier läuft es ich gucke jetzt gerade mal wie weit ich hier mit dem bauen war genau da wollte ich mir was einfallen lassen warum ist die tür offen an eisentür gut dann läuft und ich muss jetzt zusehen wie ich an geld komme ich würde ja glatt sagen ich kümmere mich mal darum dass ich an fisch komme ich habe nämlich hier eine luck of the sea 1 angel und stöcke kann ich holen alles klar das war jetzt mein ursprünglicher plan das heißt stecke so dann würde ich nämlich ganz fröhlich sagen ich schalte wieder um auf die übersichtskarte mache die musik an und sage bis gleich ich brauche eine neue axt ach da mache ich jetzt erst mal mit der axt zu ende so und dann würde ich wieder sagen musik an und weiter geht's so das war's wir sind fertig jetzt muss ich nur noch aussehen sechster habe ich da ist der siebte und da ist der achte alles klar auch schaufel ich werde hier sand machen so haben wir sand ja wow ich bin viel zu schnell für erde so alles klar zack zack sieht doch viel besser aus so so das sieht doch gleich viel besser aus gut so die kommen weg die kommen weg die kommen weg die kommen weg und der kommt weg und jetzt wird geld verdient oh warte mal ich brauche normales holz noch oh habe ich ja gar keins mehr da muss ich mir ein bisschen holz aufheben doch da und zwar brauche ich half slabs die hier genau so und zwar folgendermaßen ich nehme mir jetzt bücher ach so richtig so mache mir daraus eins mache mir daraus lag turn so jetzt mache ich alle zu habe ich jetzt mache ich stöcke draus ok jetzt schlafen ich schon alle dann lege ich mich auch schnell schlafen gute nacht und guten morgen so der nette herr mit der feder am hut verkauft mir der kauft stöcke ah leertaste ok gut space safe das mit der leertaste läuft schon mal so jetzt brauche ich den lag turn für den arbeitslosen kumpel axt da nicht du gleich kommt der arbeitslose an die rand hey arbeitslose da hinten steht ein arbeitsblock für dich hopp so wir müssen uns erstmal nämlich unterhalten genau du versch du verschwindest mal so jetzt kann es losgehen hör mal könntest du bitte rausgehen ist er jetzt rausgegangen? ne oh jetzt quatschen die so jetzt aber ich bin soweit ich kriege jetzt von dir unbreaking channeling projektilprotection projektilprotection bis ich jemanden habe der unbreaking kann oder bis die nacht vorbei ist wir machen das ich bin ich bin das ich bin ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 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 aber jetzt würde ich sagen ist unsere zeit vorbei sonne geht unter das heißt ich sage danke fürs zuschauen macht's gut bis zum nächsten mal und see you later ach so und gute nacht